Und das ist Sandor Rizzi, das ist der Schweizer Meister HC Davos! Das ist unglaublich! Wenn man noch nie Meister war, muss es nicht bedeutet, dass man keine Ahnung vom Festen gibt. Nein, das ist unglaublich. Ich weiss gar nicht so, was passiert ist. Aber das Fest ist jetzt angesagt und das tun wir so richtig. Heute hat man den Sack zugemacht und Gironi. Er hat sich die Trophäe schon mal geschnappt. Es ist speziell, es ist wunderschön, es ist eine super Sache. Wir haben 20, 25 Superspieler, es ist eine super Mannschaft. Wir sind die Champions! 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 Wir sind die Champions!